Ich wollte dir heute mal zeigen, wie du herausbekommst, ob dein Steak schon durch ist bzw. ob es Englisch oder Medium ist. Es funktioniert ganz einfach. Du fühlst einmal auf dem Steak, wie stark das Steak in den Stand leistet, wie stark es nachgibt. Und dann nimmst du deine Hand und einmal halte die Hand hier so als L, den Daumen abgespreizt und fühl hier zwischen, nicht hier, da ist der Knochen drunter, sondern direkt hier, wo nur die Haut ist. Und wenn das Fleisch den gleichen Widerstand bietet, dann ist es Englisch. Wenn du den Daumen anlegst und dann hier fühlst, so ist es Medium und als Faustgeballt hier der Widerstand. Das ist durch. Das Ganze kann man auch noch anders machen, und zwar indem man die Fingerspitzen berührt. So. Für Englisch. Medium. Und durch. Tschüss.